Hallo, in diesem Video zeige ich euch die Quest in der Offensive, vergeben von Rangari Sato im Schattenmontal bei den Koordinaten 35, 36. Ich nehme die Quest gleich mal an und begebe mich ins Zielgebiet, darf hier durchlaufen und Mobs töten. 4 von 15 Ok, jetzt darf ich auch diesen Mod besiegern. So, dann schaue ich mal ob hier oben noch Mobs sind, wie es aussieht schon. Ich brauche noch 5 Stück. Und noch 3, 2 sind hier. Und hier der letzte. Quest darf ich in Mbavi abgeben. Da ich jetzt die Quest einzeln mache und abgebe, könnte es sein, dass ihr sie früher abgeben dürft. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich laufe dafür jetzt einfach hier wieder zurück. Und hier hinaus. Und bewege mich auf direkten Wege nach Mbavi. Quest dürfte nämlich bei Prophet Fällen abzugeben sein. Und wenn ihr die Quest zusammen mit anderen Quests macht in dem Gebiet, könnte es sein, dass ihr die Quest schon früher abgeben dürft. Wie gesagt, hoffe ihr verzeiht es mir, dass ich die andere Quest schon gemacht habe. Ich laufe jetzt einfach nach Mbavi zum Abgeben. Könnte natürlich auch sein, dass ihr die Quest noch in Mbavi abgeben müsst, auch wenn ihr sie zusammen mit anderen Quests macht. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe euch geholfen zu sehen, wo es die Mobs gibt und so weiter. So, hier darf ich die Quest in diesem Fall abgeben. Hoffe ich konnte euch helfen. Tschüss.